Ja, es ist fach. Eine Freundin. Also ich schicke meinen Freundinnen aber nicht durch SMS. Wie machst du das? Mir das Gefühl geben, als gäbe es nichts Wichtigeres als diesen Moment. Ich hab keine Lust, Mami's schmutziges Geheimnis zu sein. Mami's schmutziges Geheimnis? Könnt ihr euch das vorstellen? Von einer anderen Frau berührt zu werden? Ich habe schon zwei Brüste. Was mache ich mit noch zwei?